Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham City. So, Catwoman sammelt hier noch fröhlich ein. So, dann hätten wir zwei Stück fehlen noch. Eine davon ist da oben, ist wahrscheinlich hier noch irgendwo eine. Hm, dann lief das doch besser als ich, äh, gefürchtet hätte. Zu glauben, dass Pinguin einen Hai da drin hat. Ha, das ist noch gar nichts. Angeblich hält er unter der Iceberg Lounge noch ein Monster. Das haben wir schon erledigt. Was macht ihr hier? Essen. Oh, ein Schatz. Eventuell ist das ja auch noch irgendein Rätsel. Oh. Hier ist dann sogar... ...der Endkampf. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es soweit ist, will ich, dass ihr die Schlampe in Fetzen sprengt. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut. Das ist eure Chance, zu Rom zu kommen. Joker ist angeblich tot. Und wir alle haben gesehen, was mit dem Zwerg passiert ist, dem dieser Laden mal gehörte. Wir sind die Zukunft Arkhams. Wir sind die Zukunft Gothams. Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Denn jeder, der es tut, wird von uns entzweigeschnitten. Wir wollen, dass sie stirbt. Der Erste, der sie findet, den mache ich zu meiner rechten Hand. Was? Hier drüben! Da ist Catwoman! Sie fliegt! Jupp. Und zieht. Ach, das ist Two-Face selber. Dann haben wir die Trophäe. Ich glaube, zwei weitere Spurangriffe überlebt er nicht mehr. Wird doch eigentlich da drauf. Okay. Okay. Äh, was? Nein! Sorry, Half. Das ist echt nicht deine Nacht, was? Du sagst mir jetzt, wo mein restliches Zeug ist, sonst kümmere ich mich um die gesunde Seite deines Gesichts. Haha, hab nur die Hälfte genommen. Den Rest hab ich weggegeben. Gewonnen, Schlampe! Das mit den Hälften reicht langsam. Ah! Es bringt dich immer nur in Schwierigkeiten. Hast du es nicht ohne mich ausgehalten? Hm, kann ich verstehen. Es gibt in Arkham City noch einiges zu tun. Viel Erfolg dabei. Ein paar Herrschaften haben beschlossen, sich an meinen Sachen zu bedienen. Ich hol mir alles zurück. So, benutze Wechselpunkte, um die Spielfiguren zu wechseln. Sehr schön, sehr schön. Das Essen hier schmeckt wie scheiße. Ist... Jo, warte noch. Ähm... Dann... Ja, wie gesagt, wir haben noch einiges zu tun hier. Ähm... Catwoman. Darfst du auch noch ein bisschen Upgrades hier mitnehmen? Doch kein Wunder, dass ein paar von den Irren lieber Menschen fressen. Das ist jetzt so ein Wechselpunkt, oder? Gut. Was ist das? Ah. Von denen krieg ich ne Gänsehaut. So. Ich glaub, das wird übel. Wart mal, können wir das jetzt damit ausschalten? Wie muss das hier mal aufgehen? Ja, keine Ahnung. Schau ich mir das später an. So, wie viele Wechselpunkte haben wir denn hier? Einige, oder? Ja. Einige, einige. Gut, da drin fehlen noch welche. Wir haben jetzt hier... Warte mal. Ich hab ne Idee, wie wir die vielleicht kriegen könnten. Ist in Ordnung? Noch ein Stück weiter rüber. Vorsicht, die Fledermaus! Welche Seite. Sollte, glaube ich, echt mehr mit dem Kompass hier arbeiten. Sollte es eigentlich derjenige sein, der alles tut, was ich will. Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist irgendein hässlicher Penner, der zu mir kommt und mir erzählt, dass er verdroschen worden ist. Ich habe hier einen Ruf zu verlieren. Ich kann es mir nicht leisten, dass jeder glaubt, für mich würde irgendeine verhäufig eine Schlampe arbeiten. Tut mir leid. Kommt nicht nochmal vor. Ich weiß. Und weißt du auch, wieso? Nein. Weil ich dir so sehr wehtun werde, dass du jedem anderen eher ein... Es... Finde ich nicht gut. Hör auf, Leuten weh zu tun. Das macht man nicht. Ja, ja. So. Warte mal. Er ist da oben. Ich werde einen Ort suchen, an dem mich diese Tiere... Da komme ich ja nicht hin. Okay, dann stelle ich mich hier auf die Seite an das Ding direkt dran. Na, hat die kleine Fledermaus Angst? Ich dachte, dass er mich umlegen würde. Danke. So, das kann ich ja so benutzen. Mit dem anderen hole ich den. Den hole ich dann per, ähm... Ferngesteuert, der Batarang. So, Nummer eins. Nummer zwei. Haben wir das endlich mal geschafft. Vielen Dank, Batman. Jo. Soweit in Ordnung. Gut, das wär das. Dann, ähm... Hätten wir noch ne Rizzle drauf her? Noch ne Herausforderung. Ach stimmt, das war die. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Wollte ich's nochmal versuchen. Das geht einfach nicht. Brauch da viel mehr Zeit. Um aller Ruhe erledigen zu können. Bei Clayface halt ziemlich gut ist. Es scheint. Ich wünschte, ich würde zuhause vor dem Fernseher sitzen. So, praktisch schwer so ein Instant wechseln. Okay, auf Museum selber. Zählt doch nicht fürs Museum, oder? Nur, weil die hier drauf ist. Okay, hier unten ist halt wohl jetzt noch ne ganz Menge. Ah, ja, da haben wir was. Hm. Lass mich auch noch auffallen. Wir haben ja hier ja noch Explosivgel. Kriegt das auch was? Einmal nicht. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Ach da. Ah, da ist noch ein dritter. Ich kann ja mal gucken, ob das was bringt. Moment. Da. Okay. Nicht wirklich. Okay, wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich die denn mal lösen? Hm. Hm. Was hab ich denn noch an Zeug da eigentlich? An, äh, Spielzeug? Wir haben Explosivgel. Wir haben ne Rauchbombe. Vielleicht ein Unterbrecher. Nein. Ups. Warte. Warte. Nein. Nein, ich kann nicht gleichzeitig auf allen dreien draufstehen. Daher, ähm... Hm. Ist auch direkt weg. Ist direkt weg. Okay, ich bin... Also wie gesagt, das ist halt leider nicht wie im ersten Teil, dass man einfach hingeht und eine Wand sprengt und sich die Trophäe mitnehmen. Mit den Rätseln ist doch hier ein bisschen komplexer, leider. Graubt mir halt wieder zu viel Zeit. Vielleicht werde ich das doch dann zwischen Folgen mal machen. Dann machen wir jetzt nur noch die Nebenmissionen, weil das doch, wie gesagt, das dauert länger, als es mir lieb ist. Wesentlich länger. Hm. Wir sind ja noch in der Bowery drin, oder? Ja. Sind halt auch sau viele noch. Bei mir wahrscheinlich... Hier ist auch noch eine, sehe ich gerade. Hinten, allerdings ist hier Strom drauf. Bringen wir das noch irgendwie weg. Hm. 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 Kann ich hier die Dinger vielleicht unterbrechen, irgendwie? Auch nicht. Was habe ich denn noch an Wayne-Tag-Sachen eigentlich? Noch ein paar Kampf-Sachen, die ich freischalten könnte, Schrägstrich müsste. Eine Sache fehlt noch. Es kann gut sein, dass wir, dass wir das dann, dass das halt dieser Dreifach-Bettering ist. Hm. Können wir mit dem Sequencer was machen? Hm. Gut, hier müssen wir zurückkommen, wenn ich keine Ahnung habe, wie das, wie das hier funktioniert. So. Ähm. Informationen. Aus euch rausprügeln. Ich habe auch noch ein Schild geholt. Das ist aber nicht nett. Ist ja auf, die ganze Zeit zu stören. Ich will antworten. Was hat Riddler vor? Nein, bitte. Mehr hat er mir nicht gesagt. Danke. Dankeschön. Oh, wie viel haben wir denn jetzt hier noch? Unglaublich viel. Unglaublich viel. Ah, jetzt ist die auch mal. Jetzt ist die auch mal da, die Catwoman-Trophäe. Oh, wir haben noch längst nicht alles. Wir haben noch längst nicht alles. Waren ja, oder? Waren das mal, das waren vorher mal zwölf, ne? Das waren mal zwölf. Wenn wir die einfach einsammeln könnten, wäre das deutlich angenehmer. Die Rätsel ist mir schon wieder fast zu viel. Oder das heißt fast, das ist mir halt zu viel. Hm. Ich glaube echt, dass wir das dann irgendwann mal zwischen, oder ich das zwischen den Folgen mache. Mache ich jetzt, bringe ich jetzt die Folge mal noch zu Ende. Wer hat denn ausgeschaltet? Wie ging das mit der... Der Dings nochmal, mit der... Auch nicht. Brecher geht noch, äh, geht nicht. Ja, wie gesagt, es ist so viel, so viel komplexes Zeug da. Ich da nicht mehr so ganz hinterherkomme. Hm. Wart mal, ich habe hier eine Idee. Gucken, ob das funktioniert. Kann ich euch mit Explosivgel auslösen? Wäre ganz interessant. Das probiere ich gerade noch und dann beenden wir die Folge. So. Okay, das... Ah, wir müssen in der Mitte, dann dich. Okay, also... Er ist dich. Er sprengst in der Reihenfolge, in der wir es angemalt haben. Nein. Sollst du es bitte da dran sprühen. Hm. Batman. Du verdammt nochmal, was ich hier... Ich habe echt kein Geduld mehr für den Scheiß. Mach doch mal, was ich hier angebe. Was ich drücke. Das Ding jetzt auf einmal ein Cooldown, oder was? Das hat doch gerade funktioniert. Wir bewerten die Folge. Ich muss mal gucken, was hier abgeht. Warum das alles nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.